Was ist mit den Säulen, kennt ihr? Äh, warte nochmal, jeder stellt sich irgendwo rein, oder wie war denn? Ja, also jeder stellt sich in eine Säule und ich mache hier schnell was kaputt. Ach ja, genau. Ja, ja, klar. Ich gehe nach hinten durch. Ich würde nicht rausgehen. Okay, und ab jetzt. Da fehlt noch einer. Ja, genau. Na, nicht rausgehen. Was passiert, wenn jemand rausgeht? Der wird sich hier weggeschleudert. Das ist schon lange her, dass wir hier dran sind. Das ist unglaublich. Ihr könnt rausgehen. Ey, das ist echt, wir haben die letzte Zeit echt nur irgendwie Kaudi-Kurs oder so, aber hier waren wir echt schon eh wie nicht mehr drin, ne? Ja, das muss man auch sagen. Warum, warum wir machen müssen es oben hier, die, diese Eis-Dings, wo es da ist, da war ich noch nie. Ja, da war ich noch nie. Ja, CD der Wogen würde mich mehr interessieren, das stimmt. Oh, Weg 1 macht Spaß, Weg 2 und 3 ist für den Arsch. Doch, doch.